Musik Mein Name ist Ken Spiro. Ich bin Rabbiner, Historiker und Lehrer hier im Aishthora-Zentrum. Ich bin sozusagen ein Produkt des Aishthora-Zentrums. Als ich aus den Vereinigten Staaten hierher kam, hatte ich einen sehr eingeschränkten jüdischen Hintergrund. Ich hatte Israel noch nie besucht. Ich kam hierher für drei Monate. Das ist jetzt viele Jahre her. Es ergab sich, dass aus meinen drei Monaten mittlerweile acht Monate und 37 Jahre wurden. Ich lebe in der Altstadt von Jerusalem. Ich bin ein Lehrer für Geschichte, Buchautor, Reiseleiter und Redner. Ich arbeite hier in diesem Gebäude und das ist ein faszinierendes Gebäude, das Aishthora-Weltzentrum. Aishthora bedeutet Feuer in der Tora. Es ist eine orthodoxe Organisation, die von Rabbi Noach Weinberg gegründet wurde. Er ist ein in den USA geborener Rabbiner, der in den 1950er Jahren nach Israel kam. Und er blieb hier. Er ist einer der Gründer der sogenannten Bad Shuba-Bewegung. Diese Bewegung möchte die Juden zurück zum Judentum führen. Im 20. Jahrhundert gab es eine starke Bewegung, bei der Juden ihr Judentum zurückließen und sich ihrer Umgebung anpassten. Er richtete seinen Fokus darauf, die Schönheit, die Bedeutung und die Relevanz des Judentums, die jüdische Weisheit zu den Juden zurückzubringen. Er wollte sie wieder mit ihrem Erbe verbinden. In den 1970er Jahren errichteten wir das Zentrum hier in der Altstadt. Wir waren an mehreren Plätzen. Nun sind wir hier in unserem Weltzentrum, das vor ungefähr zehn Jahren eröffnet wurde. In diesem Gebäude haben wir ein Bildungszentrum. Wir haben verschiedene Klassen, wir veranstalten Events, aber das Gebäude ist auch aus historischer Sicht sehr interessant. Wir sitzen hier auf einem Felsen, der die Oberstadt von Jerusalem vom Tempelberg trennt, vom Berg Moria, vom Berg Moria, wo einst der Tempel stand. Darauf steht heute die Western Wall Plaza, die direkt hier vor unseren Fenstern liegt. Wir gruben hier bis zu diesem Gebäude. Das wurde uns offiziell erlaubt von der Altertumsbehörde, die über alle Gebäude in der Altstadt wacht. Das hier ist eine sehr sensible Gegend. Sie haben uns erlaubt, in den Felsen hineinzugraben, bis in das Muttergestein. Als wir unter die Bodenebene gruben, entdeckten wir einige sehr interessante Dinge. Eines davon ist direkt hier hinter mir. Das ist eine Wasserleitung aus der Zeit des zweiten Tempels. Jerusalem hatte immer Probleme mit Wasser. Es gab eine Quelle in der Talsohle der Altstadt. Als die Stadt sich ausdehnte, gab es nicht genügend Wasser. So wurden im Laufe der Zeit mehrere Wasserleitungen gebaut. Sie nutzten Schwerkraft und Gefälle, um Wasser von weit herzubringen. Diese spezielle Wasserleitung geht zurück auf die Zeit des zweiten Tempels. Sie ist über 2000 Jahre alt. Sie wurde im Laufe der Geschichte immer wieder verändert und sie sicherte die Wasserversorgung bis ins frühe 20. Jahrhundert. Die Originalwasserleitung war ein offener Kanal, durch den das Wasser einfach durchgeflossen ist. Es begann seine Reise bei den An-Arup-Quellen und es schlängelt sich dann durch die Hügel und legt dabei rund 80 Kilometer zurück. Das Gefälle beträgt insgesamt etwa 90 Meter. Es ist eine unglaubliche Ingenieursleistung. Das war die Hauptwasserversorgung von Jerusalem zur Zeit des zweiten Tempels. Es brachte Wasser von den Höhen, hierher nach Süden, zu den Teichen, die nördlich des Tempelwerks angelegt wurden. Dort dienten sie als Wasserspeicher für den Tempel. Wir blicken nach vorne ins 16. Jahrhundert, als die Ottomanen kamen. Sie fügten dieses geschlossene Rohr hinzu, das genau in die ursprüngliche Wasserleitung passte. Dadurch konnte die Leitung bis ins 20. Jahrhundert genutzt werden, als dann die Briten kamen und der Erste Weltkrieg ausbrach. Der Fund dieser Wasserleitung bestätigt den biblischen Bericht, wonach es vor über 2000 Jahren eine hochentwickelte jüdische Gesellschaft im Heiligen Land gab. Die Bibel beschreibt die geschichtlichen, politischen und militärischen Entwicklungen überraschend genau. Der Tempel wurde zerstört, die Israeliten verstreut. Aber die Vorhersage des Propheten Hesekiel für das Volk Israel hat sich erfüllt. Ich will sie aus allen Völkern herausführen und aus allen Ländern sammeln. Und ich will sie in ihr Land bringen und sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Plätzen des Landes.